Wir haben in diesem Betrieb schon lange Jahre die Schultesmaschine drin. Der letzte Tömbler, den wir jetzt gerade ersetzt haben, war 15 Jahre im Einsatz. Wenn man daran denkt, dass dieser von Montagmorgen um 08.30 Uhr bis Freitag um 05.00 Uhr läuft, dann ist das doch eine beachtliche Laufzeit und für uns war klar, dass wir uns dann wieder für Schultes entscheiden. Mein Name ist Michael Duwach, ich bin der Geschäftsführer von Muri Moos. Hier in Muri Moos wohnen rund 90 Leute, die bei uns eine Beschäftigung finden, die Arbeit in unseren verschiedenen Betrieben finden. Und das gibt natürlich viele Wäsche. Diese Wäsche verarbeiten wir bei unserem Betrieb, was wiederum Arbeitsplätze für unsere Klientinnen und Klienten gibt. Für uns ist eine ganz wichtige Firma im Hintergrund zu haben, die einen guten Service bietet. Ein Unternehmen, das in der Schweiz produziert. Die Schweizer Qualität, das ist das, was wir täglich an den Produkten merken, wo die Leute hier arbeiten. Für uns ist wichtig, dass wenn mal mit der Maschine etwas ist, dass wir schnell einen Servicemonteur vor Ort haben, die schauen, was ist mit dieser Maschine, wo hapert es vielleicht, wo muss man ansetzen. Die Tröchnungszeiten sind kürzer als beim anderen, die wir hatten. Wir haben viel mehr Programme, wir können es besser einstellen. Und es ist eigentlich kinderlich für jeden Mann oder Frau bedienbar. Mein Name ist Thomas Marder, ich bin der Geschäftsführer der Firma Schultes Maschinen AG. Das Murimos bietet geschützte Arbeitsplätze für eine sinnstiftende Arbeit und Wohnmöglichkeiten für Menschen mit sozialen Herausforderungen und Beeinträchtigungen. Das Murimos leiht hohen Wert auf qualitativ hochstehende, betriebssichere, einfach zu bedienende, aber auch wartungsarme Maschinen. Diese Anforderungen erfüllt Schultes und das in gesundem Mass. Schultes bietet zudem ein komplettes Dienstleistungspaket. Das beinhaltet Installations- und Inbetriebnahme, Service mit kürzester Reaktionszeiten, 15 Jahre Ersatzzahlgarantie und Finanzierungs- und Mietmodell. Ein grosser Vorteil der Innauswäsche ist, dass man die Wäsche nicht auswärts geben muss und somit das Handling, das Lager und die Qualität permanent unter Kontrolle hat. Wenn man die Wäsche ausser Haus gibt, darf man nie vergessen, dass eigentlich nur die Dienstleistung für das Wäschwäscher erbracht wird. Die qualitative Kontrolle, die quantitative Kontrolle plus das ganze Lager und das Handling wird weiterhin vor Ort ausgeführt. Und das sind natürlich Kosten, die man meistens vergisst, dazu zu rechnen, wenn man die Wäsche auswärts gibt. Also wenn man das gegenüberstellt, ist im Normalfall ein Innauswäscher immer günstiger.